Wir müssen schützen, was wir lieben. Wir müssen sagen, wenn's was stört. Wir müssen tun, was wir zu tun haben. Wir müssen schreien, damit man uns hört. Wenn wir nicht sagen, was wir wollen, wissen wir nie, was wir bekommen. Ihr habt doch oben, warum könnt ihr nichts hören? Wenn wir nicht mehr zwei sind, sondern viele, dann brauchen wir nicht so zu schweigen. Wenn wir nicht mehr zwei sind, sondern viele, können wir was ändern, wenn wir es wollen. Wenn wir uns nicht bald organisieren, wären wir zu stummen Maschinen. Du hast doch Augen, warum siehst du das nicht? Nein, 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 so kann es nicht bleiben. Nein, 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 das wollen wir nicht. Wenn wir nicht mehr zwei sind, sondern viele, dann brauchen wir nicht so zu schweigen. Wenn wir nicht mehr zwei sind, sondern viele, können wir was ändern, wenn wir es wollen. Danke schön.